A wie Affe. Ich male erstmal einen Kreis, der ist nicht groß, aber auch nicht ganz klein. Und da rein male ich die Nase und den Mund. Dann kommt noch wie ein angedeutetes Herz und da male ich die Augen rein. Zwei Punkte. Und ungefähr hier am Mund kommt dann nochmal ein Kreis für das Köpfchen. Und die Ohren dürfen natürlich nicht fehlen. So, dann hat der Affe eine Banane. Die ist schon geöffnet. Wenn wir das gleich anmalen, dann wird man das noch besser erkennen. Hier hält er die Banane. So. Und da ist der Arm. Bevor ihr das malt, könnt ihr euch das auch erstmal vorstellen, wie die Linie aussieht. Und dann erst die Linie wirklich ziehen. So. Hier kommt dann noch der Rücken. Das ist das Beinchen. Das ist das Beinchen. Und ein Affe hat ja auch noch einen Schwanz, den dürfen wir nicht vergessen. So. Jetzt nur noch anmalen und dann sind wir fertig. Miau 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 miau. Das ist das Beinchen. Untertitelung des ZDF, 2020